Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ihr habt Bitcoin bei 26.700 US-Dollar. Der ganze Mist oder der ganze Pump, der gestern gekommen ist, ist wieder weg. War nicht so unbedingt zu erwarten. Klar, wir hatten eine Menge Volumen da unten. Wieso, weshalb, warum werden wir uns auf jeden Fall jetzt im heutigen Update-Video anschauen. Außerdem, wieso ich dann kein Long-Signal mehr gepostet habe oder warum auch kein Short-Signal. Auch das werden wir uns natürlich angucken. Heute Abend um 19 Uhr, schon mal kleiner Reminder, ist wieder Livestream-Zeit, nachdem es letzte Woche ausgefallen ist, diese Woche geht es wieder los mit den Livestreams. Natürlich auch mit euren Altcoin-München und die ganzen Altcoin-München, die dann im Livestream genannt werden, werde ich dann auf jeden Fall noch auf dem Zweitkanal noch hochladen. Ja, auf jeden Fall, bevor wir starten, lasst dem Video wie immer doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News oder auch mal so ein kleines GIF, kommt da gerne rein. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und natürlich alles for free. Okay, jo, gut, und damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht, jetzt geht's los. 26.700 US-Dollar, wie bereits angesprochen, das war eigentlich so der ursprüngliche Plan. Es hat ungefähr gepasst bis zu den 27.400 US-Dollar. Dann haben wir ja gestern im Update-Video gestern Morgen darüber gesprochen, okay, so eine kleine Korrektur sollte auf jeden Fall sein. Dafür haben wir uns das FIP gezogen, war dann ungefähr das Ziel hier, die 27.000 US-Dollar. Wir waren auch knapp daran, bis heute Morgen dann, ich glaube um 5.30 Uhr, der Dump begonnen hat und wir sind bodenlos. Also wirklich bodenlos, kann man das so sagen? Ich glaube schon, Jugendsprache geht auf jeden Fall noch. Wir sind bodenlos da auf jeden Fall durchgefallen, hat einfach nichts standgehalten. Natürlich hatten wir durch diesen Pump, den wir da gestern eben frühs hatten oder gestern, ja, gestern Nacht, früh morgens, ihr wisst schon, was ich meine, eine Menge Liquidität hier auf den 1-Stunden-Chart. Ihr seht hier unten, das waren so die ganzen Long-Positionen, die hier reingekommen sind. Ich habe dann gedacht, okay, wenigstens hier unten bei der 1-Stunden-Demand-Zone hält da stand, hat er auch nicht gemacht. Komplett durchgefallen, jetzt erstmal so ein bisschen Konsolidierung. Und ihr seht schon, im Endeffekt hat sich so an dieser groben Gesamtsituation überhaupt nichts geändert. Wir sind weiterhin in der übergeordneten Seitwärtsphase, im 1H, im 4H und natürlich auch auf dem Daily-Timeframe. Was dann auch gestern noch schade war, wir sind zwar hier hochgekommen, 27,4, wie gesagt, das war so das Mindestziel, haben aber auch hier kein höheres Hochrein bekommen. Also das heißt, an sich kurzer Pump, Longs getriggert, so wie meiner. Meiner läuft aber, wie gesagt, noch ist es, ich habe es, glaube ich, heute früh schon gesagt, ziemlich hier auf Entry, also nicht wirklich viel Verlust momentan und Profite, zwei Take-Profits hier oben schon genommen. Deswegen warte ich jetzt erstmal noch ab. Grundsätzlich bin ich weiter neu oder gehe ich weiterhin davon aus, dass wir zumindest noch ein bisschen bullischer werden. Also hier oben diese 28,3, 28,4 sind noch sehr verlockend. Ich kann mir ehrlich gesagt momentan, zumindest in dieser Situation, nicht vorstellen, dass wir jetzt schon die 25k sehen. Natürlich schreit jeder, ich glaube jeder auf YouTube, ich gucke fast kein YouTube mehr, wirklich fast jeder auf YouTube wahrscheinlich, 25k, 24k, Golden Pocket etc. pp. Ja, ist auch weiterhin so mein Mindestziel. Das habe ich auch schon gestern dazu gesagt, 25k ist weiterhin so das Mindestziel, wovon ich ausgehe, was wir noch erreichen sollten. Ich glaube, der liebe Felix hat es auch schon in der Gruppe gepostet. Man kann natürlich auch hier dann so sagen, okay, wir haben jetzt hier schon wieder so eine Art Falling Wedge, je nachdem, wie man es einzeichnet. Ich glaube, ich habe es falsch eingezeichnet. Aber hier in diesem Bereich Falling Wedge und sowas, ja, kann man machen, ist auch nicht verkehrt. Ich bin trotzdem, ganz ehrlich, FIP-Level hier unten gefällt mir deutlich besser, die 24k. Aber ich finde es, ehrlich gesagt, weiterhin ein bisschen zu früh. Wir haben so viele Shorts da oben gebildet, den ganzen Weg. Einerseits hier oben bei den 31k, dann hier oben in der 29, 8 Region eine Menge Shorts. Und natürlich jetzt auch in diesen Bereichen sehr, sehr viele Shorts getriggert, die natürlich auch dafür stehen könnten, dass wir uns die erst holen, liquidieren. Das heißt, ich gehe weiterhin davon aus, die 28, ja, 28k doch, bis ungefähr 28, 4. Und dann eben die letzte Wave nach unten in Richtung 24, 25k. Das ist so der Plan, der seit letzter Woche steht. Daran halte ich auch erst einmal fest. Auch in der Long-Position werde ich erst einmal festhalten. Short war mir hier, ehrlich gesagt, einfach zu riskant. Mir war, dadurch, dass wir hier kurz vorm Golden Pocket gestern schon waren, oder direkt schon am 0,5er, ich kann das nochmal ganz kurz zeigen, äh, warte, 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 so. Wir waren dann hier gestern schon am 0,5er, haben so eine kleine Gegenreaktion bekommen und dann diese Konsolidierung. Da will ich ungern jetzt noch dagegen shorten. Klar haben wir unten diese viele Liquidität auf 1H, auf 4H gehabt. Aber da jetzt noch reinzuschorten, war mir ehrlich gesagt dann doch ein bisschen zu risky. Deswegen bleibt der Long erst einmal. Die kleine 4 Stunden, die Mahnzone, die ihr hier seht, dieser Orderblock hält stand. Liquidität gezogen, keine wirkliche Gegenreaktion, ganz im Gegenteil. Dieser ehemalige, äh, dieser ehemalige Orderblock ist zu Widerstand geworden. Trotzdem ein bisschen Hoffnung besteht noch. Wir haben Mitte der Woche, wir sind jetzt im Endeffekt genau da, wo wir gestartet sind. Vielleicht kommen noch irgendwelche News, vielleicht auch nicht. Momentan gehe ich aber erst einmal davon aus, dass wir trotzdem noch weiter höher steigen können. Aber wie gesagt, übergeordnet sind die 24, 25 Grad weiterhin für mich persönlich zumindest nicht abgeschrieben. Auch der Altcoin-Markt wieder ein bisschen am Bröckeln. Altcoins, muss ich ganz ehrlich sagen, momentan sowieso sehr, sehr uninteressant. Aber wir können trotzdem heute Abend gerne im Livestream da natürlich drüber sprechen. Vielleicht gibt es da wieder irgendeinen Coin, den ich nicht im Blick habe. Aber da werdet ihr mir dann schon ein paar Beispiele nennen. Gut, dann rüber zu Ethereum. 1 zu 1, wirklich das Gleiche. Fangen wir auch hier mal ganz kurz auf 1H an, also auf einen 1-Stunden-Time-Frame. Wie sieht es hier aus? Pump am, ja, gestern Morgen, gleicher Pump-Beginn wie bei Bitcoin. 1 Stunden-Demand-Zone wurde hier auch komplett durch, durch gefischt. Ich sage jetzt nicht das andere Wort, ihr wisst, was ich sagen wollte. Wir haben auch jetzt hier diesen WIG schon wieder ein bisschen aufgebaut. Was wir hier natürlich dann sehen, Bitcoin hat hier noch einen ordentlichen WIG eigentlich so nochmal nach unten. Ethereum hat den schon ein bisschen abgebaut. Gefällt mir eigentlich schon wieder ganz gut. Also so Überlegungen hier langsam wieder einen Long aufzubauen, gibt es ja. Bullish Divergence haben wir keine. Das würde mir hier vielleicht noch auf einen 1-Stunden-Chart fehlen. Aber gut, wichtig ist auf jeden Fall. Das habe ich auch vergessen bei Bitcoin zu sagen. Ihr habt hier oben zwei Ineffizienzen. Also halt zwei meine ich bei Bitcoin und bei Ethereum. Diese Ineffizienz, die beginnt hier oben bei 27.120, die gleichzeitig wiederum das Supply darstellt. Und wenn wir uns jetzt hier noch das Fit-Level dazu ziehen, haben wir hier wieder eine komplette Überschneidung mit dem Golden Pocket. Das heißt, sollten wir hier oben rejected werden, aber wirklich rejected werden, werde ich die Long-Position natürlich schließen. Weil dann haben wir ein tieferes Hoch wiederum gebildet und für mich ist die Abwärtsstruktur intakt. Das gleiche Spiel. Ethereum, wirklich exakt gleiches Spiel vom Top zum Low. Perfekte Gegenüberstellung hier im Golden Pocket. Ineffizienz und Supply-Zone. Das heißt, kommen wir hier wieder hoch. Das wäre jetzt halt die Überlegung, ob wir hier eine Long-Position gegebenenfalls noch aufbauen. Ich bin noch ein bisschen hin- und hergerissen. Würde es aber eher lieber nur bei Bitcoin offen lassen. Aber ansonsten, jeder, der das traden will, nimmt Profite da oben oder macht 50% zu. Weil sollten wir hier rejected werden, geht es wahrscheinlich eine Etage tiefer in Richtung 1750, 1760 US-Dollar. Brechen wir natürlich da oben durch, dann ist es Bombe. Bestätigung wäre dann im Top und dann können wir auch weiter steigen. Also das sind so momentan noch so diese kleinen Unsicherheitsfaktoren durch diese Voids, durch diese Supply-Zone, die wir hier oben eben haben. Also das ist so dieser kleine Risikofaktor, den wir bei Bitcoin und bei Ethereum eben momentan haben. Aber ein kleines Reversal auf H1 wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ihr seht es, RSI relativ weit unten. Kurzes Reversal nach oben, um das tiefere Hoch zu bestätigen. Und dann nochmal ein bisschen weiter abzuverkaufen, was aber übergeordnet überhaupt nicht dramatisch wäre. Ihr seht es auch hier, riesige Seitwärtsphase, egal welcher Timeframe wir hier eben auch reingehen. Zeitwärts, seitwärts, seitwärts. Viel zu wenig Volumen, Sommerloch in coming. Um das mal ganz so zu sagen. Ja, auf jeden Fall war es das jetzt schon mal zu Bitcoin und Ethereum. Wie gesagt, den Rest besprechen wir heute Abend dann im Livestream um 19 Uhr. Wenn ihr Bock habt, gehen wir noch ganz kurz rüber zu den News. Michael Saylor, Mangel an klarer Kryptoregulierung beabsichtigt. Nicht nur das, gestern hat er gepostet, Bullrun oder Bitcoin ist in einem neuen Bullrun. Ich habe darauf gesagt, eindeutiges Short-Signal. Und was hat Bitcoin heute früh gemacht? Ihr wisst ja, also Michael Saylor, der größte Short-Indikator im ganzen Kryptospace. Ich glaube, das macht er mit Absicht. Der hat immer selber seine Short-Orders schon offen. Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich ist es beabsichtig. Also für mich ganz klar, dass es beabsichtig ist, einfach um hier das Ganze ein bisschen einzudämmen, beziehungsweise langsamer zu machen. Gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann heute Abend wieder zum Livestream. Freue ich mich drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Wenn es irgendwas gibt, wie gesagt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe rein. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Das war es von mir. Bis heute Abend. Und ja, ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.